Also ich liebe diese kleinen Acrylpalen. Die sehen aus wie kleine Glasschliffpalen. Also haben kleine Facetten, die ein bisschen schimmern. Und die gibt es natürlich, weil die aus Acryl sind, in den unterschiedlichsten wunderschönen Farben. Schaut euch diese strahlenden Farben an. Natürlich auch in verschiedenen Formen. Das hier ist eine Rombenform. Rombenform nennt sich das, weil beide Seiten konisch zugeschliffen sind. Also wie zwei kleine Pyramiden, die gegeneinander befestigt werden. Ja, hier natürlich das klassische Schwarz. Ein wunderschönes strahlendes Geld. Transparent. Brauntöne, die man ganz toll zu dem Orange kombinieren kann. Und hier, wie ihr seht schon, in begrenzter Stückzahl nur noch dieses hellbraun oder auch emberfarbig genannt. Und dieses ganz dezente helle Gelb. Schaut im Onlineshop bastelposten.de vorbei. Da bekommt ihr Acrylperlen in riesengroßer Auswahl.